Welcome to Tune.... OJUHU! Bound Jumping! Ich denke ich weiß nicht wo wir hinworen. Ah genau wir haben einen Kuh genomesucht... Genau, so genau wir haben einen Kuh genomesucht. Und hier haben wir einen Hund! und ein Knochen oh man schwule sehr kalt ein Gitknepper das ist dort so ein Hund ach ne ne okay dort möchte ich auch kurz, oh nein, mir hat kein Schwert und ein Eier da unten, auch gut und juhu hab ich das Eier genommen nein, das Eier ist genau weg wo ich wollte, Mann ey der ist unfair der ist unfair und die haben immer noch Husten und ich feile wieder natürlich und ich hoffe jetzt wirklich mal, dass wir auch mal eine Kuh finden und scheiss, wir haben unser Haus nicht kennzeichnet ah, jetzt sind wir schon recht weit weg, Mann der ist jetzt unlogisch oh hä der ist jetzt echt zwar unlogisch yeah so geil so geil aber unlogisch halt aber gut zum Haufen gekommen ist es, aber ist ja gut Hunde, Hunde gibt es doch mehr als genug aber ist auch schön und dann nehmen wir doch mal den Dschungelbaum weg und dann nehmen wir doch mal den Dschungelbaum weg nein, nein Dschungelbaum nicht nicht so Bock was ist da hinten eine Höhle und ich muss gleich schauen, was wir spielen ah, einfach müssen wir nicht spielen uuuuuh yeah geil, geil dumme Musik soo alter, jemann der ist echt geil, diese Höhle durch die Schule habe ich es nicht verpasst vielleicht ein paar mehr in das aber nein, ich bin nicht so weit mal schauen, was hinter mir vor mir war schon, wenn ich mir schaue und ja cool hatten wir auch genug aber wenn es schon gibt, muss man ja fast abbauen da bin ich nicht aufgekommen Entschuldigung, meine Güte ja, ich habe immer noch was schon nicht besser geworden wenn ich Sachen nehme, Medizin und so meine Mutter schaut schon um mich wir müssen ja nicht Angst haben und aber ja das ist nicht zu einfach zum kosten wegbringen und da geht es aber schön durch runter alter hey, das ist eine sehr geile Höhle ich glaube, ich mache es so, dass wir da hochkommen halt, wenn wir dann absegeln müssen ist es nicht geil, wenn wir dann in die Wand laufen von meiner so so da 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 und da aber da 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 wo da 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 ist auch nichts aber da unten ist glaube der Creeper der Creeper, Creepy Man ich bin der kleine Creeper Mann aha 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 ok, das war ein bisschen komisch zu lachen weil ich gleich gequascht habe gleichzeitig und ich bin jetzt hier ohne Schwertgetrauen, wir werden einfach nicht runter gehen wir wieder hoch, ich bin ein bisschen Memma, muss ins Zoo angehen weil ich einfach kein Bock habe zum sterben dann würde ich sagen gehen wir da wieder überflinden wir dabei wir haben da drin 9 und Federerhammer 2 ok, das geht noch und dann mal da ein Wakepoint Höhle oh, ich kann nicht mehr schreiben Höhle nein Höhle so glauben wir haha Höhle perfekt, dann gehe ich zurück und das sollte gut sein und jetzt gehen wir schnell zurück weil ich will nach Hause bevor es dunkel wird so, Jakob, ich bin auch wieder höhle wieder und ich habe mal mit meinem Bruder gekommen ins Zimmer aber es war nicht so zum Glück ähm, ich laufe ich glaube richtig sogar oh, da ist wieder ein Hund ein Wolf ja, wie auch immer oh my god, Anahala hehehe, wie trotz schoah ja, und vielleicht wissen wir nicht keine Ahnung wissen ein paar nicht, was Spasti sind also wie ich das weiss, Spasti ist also ja, Spasti ist ist keine Beladigung, das ist irgendwie ura miese, aber das ist eine ura miese Beladigung, wie schwul ist das es ist eine ura miese Beladigung halt, ein Spasti ist ein Spastiker also Spasti ist abkürzig wie ich das weiss, ich bin nicht hundertprozentig, aber ich glaube jetzt schon im Spastiker ist so, wenn du zum Beispiel immer die Hand an den Kopf umschleiden vier Sekunden oder so das ist einfach ein Zuckiger in einer Art das ist ein Spasti hei noch mal entschuldigung man, sorry man ach, so, hallo, oder bin ich ja, das ist ein Spastiker und ist echt nicht witzig, man uffudern wir unser Sandwich, man, füüfe füüfe gibt das heil, man füüfe, füüfe ah, nie freut, ah, nie freut und gott das, nein, gar nicht ach, so öhm, es brumene äh so wie holt brumene, unbedingt es hat gar nicht das auch nicht gut ähm boi, ma auch nicht feier, da auch nicht unbedingt so jetzt haben wir Platz für das Hühnschen hier, für das Hühnschen, so, und ich würde sagen, komm, machen wir jetzt mal ein Eisenschwert, man, einfach so Bock, so mal ein Eisenschwert, oh, da sind unsere Pfeile, ein Eisenschwert, dann echt mal Bock zu machen, boah, man, so viel Feder, alter, oh, und 6 Feuerstein, perfekt, also, da hat es Eis, zwei Brümer, Schufre, jetzt, okay, ja, dann machen wir uns kurz ein Eisenschwert, weil ich einfach so Bock habe, um so ein Mann zu machen, juhu, das ist ein Eisenschwert, ich fühle mich so cool, ich bin auch cool, nein, ich glaube nicht, und weiter geht's, ihr wisst nicht, was ich wieder gemacht habe, ich höchste natürlich, ein heftiger Hoster, und mit dem habe ich wieder gestoppt, weil ich euch das nicht auch hier möchte, das ist die ganze Zeit Hoster, und dann schiesst mich auch an, man, tihi, und da habe ich noch gesagt, dass wir mit meinem Bruder ins Better Together Game, wir haben jetzt durchgezogen, und jetzt haben wir, oh, voll alles kaputt, man, und da erfinden wir, also, echt hurab, 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 man, ja, nicht gemeint, nicht gedacht, so, man, kassiert, man, eben hurab, also, der Erfinder ist echt geil, das sehe ich, also, wirklich, man, die Map ist die geilste mehr, die ich kenne, und ist, glaube ich, die einzige, die man zusammengamen kann, also, miteinander, man muss zwei sein, um das gamen zu können, und das ist schon richtig geil, alter, ich habe ja, zwei Hüte ab, würde ich auch gerne geben, aber es geht, glaube ich, ein bisschen, geht, glaube ich, nicht, nein, geht, glaube ich, nicht, und, ha, wir haben immer keinen Wakepoint gemacht, bei uns im Daheim, egal, es sollte nicht gleich Nacht werden, also, hoffen wir es mal nicht, und, oh, schönes Gebiet da, aber irgendwie, sie, nerven mich die Bäume da ein bisschen, das tut mir leid, Hühnchen, aber ich brauche dich zum überleben, nein, ich habe gar nicht auch, ich habe genug gegessen, mit meinem Sandwich, ein Sandwich habe ich genug gegessen, haha, oh, Mann, es gibt so echt keine Tiere, alter, oh, ja, stimmt, ähm, Hörnchen könnten wir auch mal machen, stimmt, ehrlich, ja, aber die Hörnchen-Farm habe ich vom Cronk, habe ich auch beim letzten Let's Play gemacht, oder, nein, nicht mehr, nein, nicht mehr, nein, immer so, also, die ist echt geil, die Hörnchen-Farm, ist wirklich eine Maschine, wenn man, eine richtige Maschine, und die machen wir gleich, dann bauen, ist ja nicht so schwer, zu machen, oh, tun wir nochmal das Meer geniessen, oder den See, ja, ist gleich bei der See, aber, heim, wo bin ich jetzt, Mann, ah, okay, okay, aber ich finde da echt kein Korn, das ist ja schlimm, Mann, das ist sehr schlimm, oder, egal, mit der Hörnchen-Farm, den Creeper dafür finde, ich bin der kleine Creeper-Mann, 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 denn er heißt es eigentlich, dass da Hörnchen-Farm ist, meistens heißt es so, und jetzt bin ich um Schnee, alter, shit, ich gehe lieber zurück, okay, ach, egal, und, ja, heim, wir müssen immer noch, nach Suche, nach den verdammten Köhlen, also, sorry, Mann, aber langsam nervt sich, wenn man die Köhlen nicht finden, Mann, ich kann nicht sehen, dass sie nicht mehr sind, Mann, das sporen wir einfach nicht mehr, oh, das ist dunkel, Mann, ich bin der kleine Creeper-Mann, das ist ein Gebrafen-Kronkh, der Spruch, und, ja, Kronkh finde ich, ja, sehr gut, auch wenn ich ihm nicht mehr so lage, ich habe jetzt andere Favoriten, aber es ist egal, schon mein Geschmack, und nicht euren, und ihr habt einen anderen, oh, meis, und so, ja, ihr habt einen anderen, und vielleicht merkt ihr eben, dass es nach 10 Minuten immer eine kleine Veränderung gibt, so am nächsten, so 11, 10 Minuten, 1, oder zu 10 Minuten, 12, 21, 10 Minuten, 21, plus Intro halt, eben habe ich ja gesagt, ich kann nur 10 Minuten rufen nehmen, und dann nehme ich gleich noch eine Hand auf, aber das nimmt es dann nicht gerade noch eine Hand auf, dann mache ich etwas Gleises noch, wenn ich abbaue bin, kann ich nicht abbaue, aufhören, und dann gleich F9 drücken, nein, das geht leider nicht, mit dem ist immer ein bisschen verschoben, also, immer ein bisschen mehr gemacht vielleicht, als das Halter, man, wie viel Essen brauche ich, man, schau, wenn ich ganz so viele Säcke, man, um welche Reden, nein, ich sehe mich nicht, und jetzt kratzt mich schon wieder im Hals, man, jetzt verknife ich mir, man, ham, 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 oh, meidere Fola, ham, ham,